So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Basti ist wieder dabei und diverse andere Leute. Zumindest nur in der Gruppe, aber Basti ist mit dem TS. Hallo! Genau, hallo! Wir mussten beide zu den Bäumen legen. Genau, wir hatten das letzte Mal genau da aufgehört. Mutter! So, jetzt bin ich nach oben gekommen. Ich war doch gerade noch bei der Bank. Da hinten seid ihr alle. Ich habe hier so meine Basis. So, jetzt freue ich mich. Alter! Ja, die schießt Einhörner. What the fuck? So der ihr Hobby, glaube ich. Leck mich am Ara, ey. What the fuck? Das ist ja geil. Ja, jetzt die Frage, was machen wir denn heute? Ja, erstmal würde ich sagen... Ist die Story weiter hier? Ja, erstmal die Story hier weiter, weil jetzt müssen wir die ja beide machen. Und, äh... Ja, danach können wir ja gucken. Also wir haben die letzte Mal ja komplett gequestet, glaube ich. Entweder suchen wir uns einen neuen Kontinent aus und räumen den so ein bisschen auf. Oder wir machen halt die Quests wirklich weiter. Weil so langsam waren wir auch in der Richtung, glaube ich, wo die Quests... ... schon so in unsere Level-Richtung gingen, glaube ich. Das ist korrekt. Ja, dann, äh, auf zu, auf zur Mutter. Dann mussten wir hier mit dem, mit dem Aufzug fahren, ne? Irgendwann, das wird wieder zusammen berechnet, weil das gleich ist, oder so? Ich hoffe. Äh, nicht im Dunkeln. Oh, so ein komisches Bild für den grünen Hain. Äh, ja. Tadaa. Oh, kleine Schweinchen. Sieht aber fies aus. Wir erbitten eure Weisheit. Geduld, mein Sohn. Ich habe euch beiden viel zu zählen. Kommt zu mir, ich will euch den Weg weisen. Erstmal reden. Mutter Baum, ich bin sicher. Ihr habt schon von der Zerstörung der Clowninsel gehört. Saitan bläst zum Angriff. Die Seele Tirias klagte, als die Bestie ihre Kinder niedermachte. Das Land weinte und die Welt erschauderte. Meine Begleitung und ich wollen dieses Unrecht sühnen. Wir wollen Saitan bekämpfen und das Verlorene zurückerobern. Wir bitten um euren Rat. Die Antwort liegt im Herzen von Tirias und eurer Zukunft. Ihr beide müsst euch der Dunkelheit stellen und zu Leitsternen in finsterer Nacht werden. Ist es überhaupt möglich, Saitan zu besiegen? Nur mit großem Mut. Kommt. Ich will euch einen Blick in eure Zukunft und die Herausforderungen darin zeigen. Es ist Zeit, tapfere Freunde. Die erinnert mich immer an die Pflanzenversion der kindlichen Kaiserin. Okay. Was ist das? Schreit durch das Portal in die Vision des Blassen Baumes. Ach du Scheiße, da ist ein Portal. Ist das richtig? Ah, stimmt. Der Inhaber der Instanz ist gegangen. Dann war das wohl doch falsch. Nochmal. Ich dachte aber, er meinte, er schreit durch das Portal. Kann ich hier aber nicht mehr reinlaufen. Warum? Achso. Ne. Hä? Mal kurz ein bisschen weiter weggehen. Jetzt nochmal. Aha. Tun aus. Ja, sorry Leute. Da habe ich ein bisschen gebobbt. Oh. Ja, wusste ich ehrlich gesagt nicht, welches Portal. Vielleicht hätte ich mich vorher nochmal umgucken sollen. Ich verstehe irgendwie nicht, warum das Bild da ist. Irgendwie reif ich das nicht. So, was meint ihr die jetzt mit dem Portal? Wir müssen jetzt nochmal... Ach, Scheiße. Ja, das überspringen wir jetzt aber, das Gespräch. Gehen wir ja schon. Ja, komm. Überspringen. So. Nein, ich will nicht Richtung Heim verlassen. So, wo ist jetzt das Portal? Welches Portal meint die Dems? Ne. Reisen. Achso, okay. Alles klar. Ein Licht im Dunkeln. Denn im Dunkeln ist gut munkeln. Hey, sowas hatten wir schon mal. Ohr ist ein verdorbener Ort. Alter. Auch wenn ich hier war, so war diese Vision doch erschütternd. Sputen wir uns. Die Lektionen des blassen Baums warten. Äh. Ja, der ist echt blass. Es heißt, Orsa einmal schön gewesen. Eine Nation, die es mit Kryta, Ascalon und Elona, die Götter der Menschen, lebten in der Stadt Ara. Und das Volk hier war geschehen. Beeilt euch, Strong Arrow, der Mutter, warum kann die Facette des Traumes nicht lange aufrechterhalten? Wir mischen weiter. Die Gildenkriege hinterließen große Verwüstungen und schwächten die Nationen. Hä? Läufst du dem hinterher oder läuft der dir hinterher? Ich hab keine Ahnung. Ich hab halt jetzt alle angesprochen. Jetzt hier in diesem... Ne, das ist der Hain verlassen. Ne, ne, nicht verlassen. Ja, dann muss ich... Dann gehen wir mal hier lang. Keine Ahnung. Da oben geht's da nicht weiter. Ich dachte, da oben ging's weiter. Auferstandener Adeliker. Ja, die hab ich jetzt schon alle angesprochen. Lol, what the fuck. Sagt der was anderes? Der sagt gar nichts, der kann nicht reden. Den können wir noch nicht begrüßen. Ach so, okay. Ne, gut, die sagen alles das gleiche. Da hinten ist ja unser Ziel. Hier ist, äh, irgendwo ist in der Nähe auch Silent Hill. Das ist die Nachbarstadt. Ach so, da ist sie ja. Zur uralten Stadt Ara, der Bastion des Drachen. Das ist unser Ziel. Auf dem Weg werdet ihr vieles sehen, was noch geschehen wird. Es freut mich, dass ihr hier seid. Okay. Ja, mich auch. Folgt dem blassen Baum. Wo ist die Vision vor? Oh, einfach nur den Weg lang. Nix, denn zwei Kilometer, lol. Ey, aua. Lol. Auf einmal, die ganze Zeit voll ruhig, nix. Das kam unerwartet. Hoch. Das war meine Spinne. Hey, da ist noch so'n Ding. Da ist ein Hammer. Aua. Das erinnert mich, äh, das mit dem Hammer erinnert mich an das, äh, Bug-Video von Gamestar, äh, zu Gothic 3. Wollten sie nicht schon immer ein, mal ein Schwert sein? Ja, das stimmt. Hier, als Wandschmuck würden wir uns gut machen. Das müssen wir jetzt alle besiegen oder einfach weiterlaufen. Hm, weiß ich nicht. Okay, die machen aber nichts weiter. Die greifen nicht an? Nö. Das ist so'n Mond. LOL. Aua. Ich bin Fiskal. Ich bin nicht recht. Ich kann nichts sehen. Mach dir die Augen auf. Wie läuft er? Da ist wieder so'n... Alter. Piu, piu. Ich hab den Hammer vergiftet. Da kommt so ein Bulle. Wie Bullen kommt? Alter, wenn so das ganze Spiel aussehen, ne? Dieses Graue. Ich hab ausrasten. Oh, ja. Ey, hier ist die Mutter. Ne, jetzt ist sie wieder... Ne. Ich bin nicht verlassen. Die Monster sind scheußlich. Schlimmer als die auf der Klaueninsel. Wie können wir sie je besiegen? Allein könnt ihr das nicht. Aber mit Einigkeit können viele unmöglich... Ach, mit Einigkeit und Recht und Freiheit, äh, so sieht aus. Pff, okay. So, geht's jetzt einfach weiter aus. Einfach weiter hier durch den Dschungel. Feiger Schandfleck entdeckt. Oh, das ist doch schön. Mhm. Huch. Banonen. Ich bin gerade etwas falsch gelaufen, wenn man keine Bons benutzt. Verdammt. So, Flasche weg. Der alte Sachwart. Ja, hier wird dann eben nett. Fall das nicht richtig. Spricht der Junge jetzt nicht für die Menschen? Der altei und Wachsame. Alle Völker und Lebenswege. Wir bieten ihm die Stirn. Der Drache will uns Angst machen. Weil Angst uns entzweit. Die Angst wird uns vernichten. Aber ich sage, hab keine Angst. Einspannlich. Sterben mag ich. Aber mich beugen nie. Spürt ihr das? Pff, sterben. Es ist der Drache, der Angst hat. Nach Ara. Zum Sieg. Ich, ich, ich verstehe nicht. Ist das eine Vision der Zukunft? Ich bin Gelehrter, kein Soldat. Ihr müsst das sein, was Tyria euch abverlangt. Ihr habt mehr Mut, als ihr selbst ahnt. Okay. Ja, jetzt rangen sie alle los. Ja, den Krampf. Müssen wir jetzt mal auf voll zum blassen Baum nicht hin? Okay. Soll, hier ist nix. Alter, doch. Da ist so ein Kuss. Okay, oh, oh, okay. Da ist doch was. Erstmal das Gesindel da weg. Randa. Nein, nichts mehr, komm. So war das aber nicht abgemacht. Alter, verpiss mich. Oh mein Gott. Irgendwie kann ich Freund und Feind recht schwer unterschreiben. Und das, was auf mir rumknüppelt, ist ein bisschen kein Freund. Aua, Alter. Ja, gut, das ist das. Zombie. Lol, Riesen. Alter, wie viele hier? Wo sind denn mal Freunde? Ich glaube, da sind gar keine mehr. Okay, okay. Alter. Aber leck mich, du. Man, und jetzt auch noch so eine Raufe. Was ist denn da? Oh, nichts mehr. Ich werde mal stehen. Der ist immun, das ist nicht gut. Ich fühle mich erneuern. Oh, du Kopfkopf. Wie viele Raupen da sind? Alter, die Riesen, ey. Die stecken aber auch einiges ein, ey. Ey, ohne Spaß. Die Raupen stehen jetzt alle alleine hier und schießen auf mir rum. Alter. Ja, sicher. Ja, sicher. Alter, wie viele sind das? Wollen sie alle mal verpissen? Deathmatch Party. Fing, 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 fing. Tja, das ist irgendwie bescheuert. Die wagen sich hier an an dem Baum fest. Spucke lockt und tot an. Ja, also nie auf dem Boden rotzen. Ja, der Riese ist gleich down. Der hat mich niedergetrampelt, ey. Wie frech. Oh, Riese geht. Yeah, der Riese ist down. Dafür schmeiß ich dich mit Pupu, ey. Alter. Loll, das hat Damage gegeben, als der Riese umgefallen ist. Mein Tiergefährter hält sich auch nicht lang aus. Ich weiß, er ist ehrlich gesagt, dass ich da mal rauskomme. Ich weiß, er ist ehrlich gesagt, dass ich da mal rauskomme. Ach doch, das steht da rum und trüppelt auf die Räufe. Nicht gut. Link und sicher. Ja, das ist richtig auch besser. Fangen, fangen, die haben ja gekürzt. Oh, da kommen die Raufen immer wieder. Ja, komm Riese, voll rum. Ja. Geh und weiter. Ja, das war jetzt der Anfang. Yay. Ganz ruhig, bleib in meiner Nähe. Ja. Altes befleckt Neues. Unsere gefallenen Helden müssen geläutert werden. Ihr seid der Vereiniger. Bringt sie zusammen. Heilt ihre Wunden. Ja, null Probleme. Was haben wir denn da? Anus, Alter. Was geht ab? Was habt ihr auf dem Herzen? Ein Tod war unausweichlich. Snuff oder meine Königin. Ich musste mich entscheiden. Jeder von euch hätte ebenso gehandelt. Jeder von euch wäre ein geliebtes Wesen in Gefahr gewesen. Ihr hättet dasselbe getan. Ja, und jetzt? Hä? Okay, da vorne ist noch so ein grünes... Achso, nee, wir müssen ihm nur zuhören. Okay. Es war eure Aufgabe. Snuff vertraute euch. Ihr habt ihn enttäuscht. Ich versuchte ihn zu beschützen. Alles hätte ich gegeben, um seinen Tod zu verhindern. Richtig geil. Ihr habt euch genug getan. Ihr hättet ihr an seiner Stelle. So, weiter. Ich bin auch zwei. Gut. Ähm. Kommt zurück zu mir. Wenn die Welt endet, dann verbringen wir die letzten Tage miteinander. Ich habe euch so vermisst, geliebte Fowlein. Nur ihr bleibt mir. Für euch. Ja. Für euch stürze ich in den Albtraum. Oh, jetzt geht's los. Äh, okay, da vorne ist noch... Guck mal den da hin. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ich lasse mich überraschen. Sei mir gegrüßt, Abenteuer. Kompassplatz entdeckt. Das ist halt mir gegrüßt. Lol. Okay, jetzt weiß ich auch, warum der so heißt. Und marschierten nach Orr. Äh, guck mal nach oben. Das ist mal ein kaputter Kompass, würde ich sagen. Oh. Geht in die Groove, der fahrt das Geheimnis. Erinnert mich an Fable. Maximum Verwirrtheit. Alter. Ja, von der Story her teilweise raffe ich auch manchmal nicht alles, aber... Auch einfach so, weiß ich nicht. Random Verwirrtheit, ähm. Eck da. Wieso habe ich den jetzt in die andere Richtung geschubst? Das macht mir überhaupt keinen Sinn. Alter. Wieso ist der so schnell? Wäre echt, warum bleibt der nicht stehen? Also langsam kommt wieder Farbe ins Spiel. Die geben aber nicht so megamäßig Erfahrungen, muss ich mal sagen. Naja, nicht so richtig. Alter. Ja, komm Junge. Hau ab. Was ist denn? Ah, da hinten ist er ja. Auge des... Seitan. Ach so. Ja gut dann. Das ist nur das Auge... Oh, lol. Nice. Lol, das hat Laserstrahlen. Oh, ja. Erinnert mich an Quake, Alter. Erinnert mich an, weil das geht. Oha. Ja gut, das auch. Ja gut. Ja, sicher, Alter mit dem Laserstrahlen. Nur 83 Schaden. Und ich glaube, bei WVG, was auch noch mal mit Mannschaften. Was geht jetzt auf dem Weg, was geht jetzt auf dem Weg, was geht jetzt auf dem Weg. Jetzt geht das mal her. Vergiften. Oh Gott. Kämpft ums Überleben. Loll. 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 Machen wir es mal kaputt. Ach so, du kämpfst auch schon. Fuck. Ja, genau. Wieso denn immer auf mich? Ich bin down. Nein, greif nicht mich an. Ihr seid beziegt. Oh, kack hier. Was passiert denn, wenn wir jetzt beide beziegt werden? Müssen wir nochmal neu anfangen. Oh, jetzt bist du dran. Nein, 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 nein. Nein, verbirgst du dich, Auge. Da kriegst du irgendwie leider kein Damage mehr. Kann der letzte König Ost uns nicht mal ein bisschen helfen? Wie viel Leben du da hast? Wie krass. Ja, ich bin die ganze Zeit wieder am Wiederbeleben. Also, immer diese Hand am machen. Und wieso steht der junge Eislimpfung da nur so dumm rum? Weil der schon down ist eigentlich. Ach so. Alter, nein! Jetzt hat er dich. Und Kontrollpunkt ausversuchen. Ja. Ja.